Guten Tag Leute und herzlich willkommen zum neuen Flash Game. Mal wieder müsste ich das aufnehmen, weil ich mittendrin auf einmal, außersehen, auf Dings gekommen bin, hier auf meine Aufnahme- und Abbruchstaste. Ja und jetzt muss ich alles von vorne machen. Egal, das mache ich gerne, erzähle ich gerne von vorne. Ich weiß wie es geht. Okay, und jetzt mal wollte ich sagen, dass ich früher Profischwimmer war. Guck mal Australien an. Ich war the best swimmer of the universe. Könnt ihr gerne mal in den googeln. Dann kommt gleich Aron7 oder Aron2bp nachdem, wo man geboren ist. Okay, wir haben zwar nicht Gold und wir haben keine... Oh, da seht ihr es. Und wir haben alle... Ja, genau, wir verlieren eben mal alles, aber müssen da nochmal starten. Achso, das ist... Das finde ich sehr unfair. Ja, also... Ich komm... Wir kommen gleich gleich zum Andeln. Also, ich mach danach was anderes. Also... Komm, China, 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 China... Nein, lass sie... Komm, lass sie sich nicht von Australien abziehen, Alter. Egal, äh, wir machen 300. Wir springen 200 mal weg. Also, wir überspringen bei 200. So wollte ich das dann. So, x, play. Nochmal natürlich China. Machen wir 400, meint ich natürlich. Oh, press the spacebar, send the arrow, blablibliblibliblub. Komm, diesmal schaffen wir ihn. Okay. Das ist sehr gut. Komm, ja, China. Ihr kennt doch alles. Ja. Und, yeah. Ach ja, zu meiner frühere... Ähm, Geschichte halt. Ich wurde ja the best of the universe genannt. Ähm. Das kommt halt davon, weil ich alle... Oh, ich sollte mal aufladen, schätze ich mal. Ah, nein. Komm, komm, komm. Lade dich auf. Ey, ganz ehrlich. Oh, mein Gott. Ich meine, hier wieder 400. Wie oft denn noch? Kann ich irgendwie schnell aufladen? Oh, mein Gott. Er ist richtig gut angefangen, denn so was. Da sitzen wir bis... ...5 Jahre noch dran. Okay, Leute, wir haben verloren wahrscheinlich. So, noch einmal schnell Boost holen. Damit wir nicht so schlecht kommen. Ähm. Da ist Australien. Gut, okay, vielleicht... ...jetzt danach vielleicht aufladen. Wenn ich vielleicht nicht schlecht. Da kommt Australien. Mach ich mal ein bisschen Vorsprung. Hier schaffen wir es ja noch. Ah. Gut, okay, ich hab's kapiert. Ich soll ein bisschen so anlaufen. Kommt, das schaffen wir vielleicht noch. Frankreich ist der Erste. Dann hab ich den nächsten dritten Ei. Oh, Gott. Jetzt müssen wir auf die anderen warten. Wir können so lange über meine Vergangenheit reden. Ja, ich hab sehr oft, äh, sozusagen, nur gewonnen. Mit einem... Wie viel war denn das immer? Das knappeste Rennen, was ich jemals gewonnen hab, war, glaube ich, mit 10... ...Punkte, äh, Abstand. Und das... Deswegen wurde ich so halt innen. Ähm. Deswegen... Äh, Entschuldigung an alle, die damals da mitgewirkt haben. Und gedacht haben, ich will dope oder so. Nee, nee, ich war so heftig. Tut mir echt alle... An die alle leid. Die echt auch mal was gewinnen wollten. Außer Silber und Bronze. Äh. Tja, kann man nix machen, wenn man so gut ist, ne? Okay, da kommt Australien. Können wir vielleicht noch ein bisschen... Nein, Zeit gewinnen. Nee, eben nicht. Weil der gleich kommt. Ja, locker easy. Pow! Oh! 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 So, äh... Tja, so gut ist man halt, ne? Weil man gut ist. Jetzt auf alle anderen warten. Oh! Wann bin ich hier ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. Nur weil ich einmal raus... Ich hätte Dings gemacht. Aktualisiert. Dann wäre das alles weg. Tut mir echt leid an alle Leute, ey. Die tun mir so leid. Ich kann nur noch echt 100 und... Nein. Tut mir leid, weil ich die Außersehen davor auf den Aufnahmeknopf gedrückt hab. Drangekommen bin. Und das ist auch mein Abbrech. Also halt, wenn fertig ist, halt abbruch. Naja, irrelevant jetzt. Äh. Ich würde mich über jeden Dislike freuen. Und... Oh, Entschuldigung. Und natürlich... Haut rein. Irgendwo gegen. Vielleicht gegen eure Wand oder was auch immer neben eurem PC-Handy, wo auch immer ihr das guckt. Seid von aus gern auch jemandem ins Gesicht. Am besten allen Muskelports.